Ja hallo, hier ist Aileen von der Online Eventbox. Bei uns gibt es Eventboxen. Zu jedem Anlass schicken wir eine tolle Box zu all euren Teilnehmern nach Hause. Und heute bin ich hier, weil es gibt noch viel mehr als nur einfach eine Box und es gibt noch tolle Eventmodule on top wie einen virtuellen Baramt. Deswegen bin ich hier heute bei Marius. Hi. Hi, herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, und es gibt natürlich eine coole Box erstmal nach Hause geliefert. Erzähl doch mal, was ist denn da drin? Genau, in der Box sind drei Getränke oder drei Drinks und ein Shot und alle Zutaten, alle Obst, Gemüse, alles was man für die Box im Prinzip braucht, um die Drinks komplett zu Hause fertig mixen zu können, beziehungsweise alles sich vorbereiten zu können, dass man zusammen trinken kann. Super. Man kann die natürlich auch wieder individualisieren. Also wenn jemand einen Sonderwunsch hat, dann packen wir den auch rein. Zum Beispiel manche wünschen sich so Statement Cards, die sind auch immer ganz witzig und sehr beliebt, packen wir natürlich auch gerne mit rein. Also extra Wünsche sind erlaubt. Und dann, wie läuft es dann ab? Also jeder kriegt seine Box, da steht dann oben drauf, erst öffnen am, das Eventdatum. Genau. Und dann, was passiert dann? Und dann bekommt ihr von uns einen Zoom-Link oder wir kommen in euren Zoom-Call und dann gibt es sozusagen einen virtuellen Barabend dazu, wo ihr bei mir virtuell am Tresen sitzt. Ihr vor der Kamera, ich vor der Kamera, aber irgendwie virtuell zusammen am Tresen. Cool. Teams geht auch und Meetings geht auch. Das ist völlig groß. Also ihr könnt euch auch mit dazuschalten, das ist super. Und dann wird zusammen getrunken, erzählt, wie läuft denn es ab? Das geht wie lange? Genau, eine Stunde, ungefähr Stunde, anderthalb. Je nachdem, ich erkläre, was in der Box drin ist, wie man die Tränke hergestellt hat, was man zu Hause machen muss. Und erzähle die eine oder andere Überraschungsgeschichte. Cool. Und ich habe auch gehört und ich habe sie auch schon mal mitgemacht, die Teilnehmer werden auch richtig integriert in diese ganze Sache. Das heißt, wir werden auch gefordert. Also es ist so, dass wir auch was sagen müssen, uns werden Fragen gestellt. Das macht natürlich richtig Spaß, vor allem, wenn man es im Team dann halt zusammen macht. Richtig. Also umso mehr Teilnehmer, umso lustiger eigentlich. Absolut. Wie in einer richtigen Bar. Genau. Und das Tolle ist eigentlich auch, dass es die ganze Box auch alkoholfrei gibt. Also die ganzen Drinks kann man auch sich alkoholfrei wünschen. Das heißt, wenn man 100 Boxen haben möchte, können auch 50 alkoholfrei sein und 50 halt nicht. Richtig. Das geht auch. Ich hatte nämlich die alkoholfrei, deswegen weiß ich das. Genau. Ja, also sehr, sehr cool. Und das Tollste ist ja auch, ihr macht das auch auf Englisch, habe ich jetzt erfahren. Genau, wir können es auch auf Englisch machen. Das heißt, wenn mal irgendwie die Company Sprache Englisch sein sollte oder die Company woanders herkommt, dann geht das auch. Schwedisch auch? Schwedisch tatsächlich auch. Witzigerweise. Okay, super. Dann vielen Dank, dass ich jetzt hier sein konnte. Dann schnappen wir uns jetzt noch einen Drink und dann müssen wir wieder in Corona-Abstand gehen. Richtig, genau. Cheers.